Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von The Evil Within. Jo, wir, ähm, wir schleichen uns hier durch die Gegend. Aha. Ich möchte den einen da noch umbringen, dann haben wir freie Bewegungsmöglichkeit. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es gelingt mir. Zur Not muss ich halt sprinten. Ha. Okay. Okay. Und, haben wir schon. Zack. Passt. Sehr gut. Und verheizen. Sehr gut. Sehr gut. Passt. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umschauen. Ich glaube, mehr als zwei Gegner waren es nicht. Wären wir eh gleich drauf kommen. Schön. Ähm, ich suche. Ich hätte gern, ich brauche, ich hätte gern, ich brauche so ein grünes Gelee, äh, Gel-Dingens. Ich, äh, möchte meine Fähigkeiten erweitern. Ja, das ist momentan eher Wunschdenken, weil hier ist weit und breit, glaube ich, nix. Schade. Ich habe sicher schon ein oder zwei Flaschen übersehen, wahrscheinlich eher zwei, schlau wie ich bin und, ja, das kommt mir jetzt gerade nicht zugute, weil wir hätten schon einmal was aufwerten dürfen. Und das habe ich halt elegant vermasselt. So. Da oben haben wir noch so ein Opfer. Wie es ausschaut, sogar zwei. Wir haben jetzt gleich noch zwei Streichhölzer. Okay. Die werden wir wahrscheinlich auch bald brauchen. Es wäre gut und schön, wenn jetzt mal was speichern würde. Das würde mich freuen. Ja, Gott sei Dank. Dankeschön, danke, danke, danke. Danke, liebe Spiel, das habe ich gebraucht. Okay, ähm. Ich habe keine Ahnung, ab wann der uns sehen tut. Ich wollte mich so von da hinten anschleichen. Jawohl. So circa ungefähr. Ich fürchte, da kann man sie so, da ist nix, denke ich mal, ne? Über den Sound kommt man so nicht drüber, ne? Nein. Okay. Ähm. Ja. Puh. Dann würde es sich anbieten, hier nochmal drüber. Ja. Und dann einfach probieren. Und zack. So. Und verbrennen. Nehmen. Okay. Irgendwas haben wir gerade bekommen. Und irgendwo knurrt da noch einer, ne? Aha, und der kann gehen. Leer das. Nehmen. Aha, eine Flasche. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Munition? Ne. Unglaublich. Und? Streichhölzer, glaube ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, genau so. Ich glaube, das war ein Fehler. Und zack. Hui. Okay, und verheizen. Wow. Was haben wir denn hier? Munition. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Knurren. Ich lausche mal kurz. Hat, glaube ich, aufgehört. Ähm. Gut. Ich will mich hier nur ein bisschen umschauen. Aha, wieder eine Flasche. Aha, irgendwo knurrt es schon wieder, ne? Ähm. Ich wollte jetzt einfach mal die Häusle ein bisschen inspizieren. Da haben wir wieder... Aha, voll. Okay, ähm. Ich probiere mal, ob wir eins brauchen. Ah, schau. Tatsächlich. Sehr gut. Gut. Das ist sehr gut. So. Na dann. Da wir hier nur ganz, ganz wenig Munition scheinbar kriegen tun, darf ich natürlich jetzt auf keinen Fall verschwenderisch sein. Nein, 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 nein. Und muss sparsam arbeiten. Okay, den Kerl hatten wir schon ausgeschalten, ne? Halt, da haben wir eine Flasche. Okay. Aha. Warte kurz. Ist hier zum... Nein. Hier ist es. Sehr gut. Oh ja. Oh ja. Ah. 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 Ich, äh... Ich. Hau drauf. Hau drauf. Hau drauf. Au. Hau drauf. Nochmal. Und nochmal. Au. Hau drauf. Ich glaub, ich hab was entging dem. Jawohl. Ah, erschien. Du Sau. Ich dachte, den hätt ich jetzt gehabt, ne? Au. Okay, ich werd, glaub ich, verrecken, ne? Hahaha. Ich prügel mich einfach mal ein bisschen, ne? Ich hätt ihn abheizen sollen. Es wär gegangen zum Abheizen, ne? Wo ist er? Hau zu. Ich bin verkehrte Seite, ne? Kann ich ihn jetzt endlich anzünden? Ich kann gar nichts. Das war... Das war für Arsch, war das. Echt. So, aber jetzt heizt man weg. Mah, wir schauen eh aus. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Nein, das kann man so nicht lassen. Ähm, ich muss das nochmal laden. Das geht so nicht. Unter gar keinen Umständen. So muss ich halt die beiden wahrscheinlich nochmal besiegen, ne? Oh, nein. Mhm. 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 Aha. Wenn man keine Ausdäume hat, wiederholt Leerdasse drücken, um sie schneller zu regenerieren. Okay. Werde ich definitiv vergessen. So. Da sind wir wieder. Scheiße, das lief nicht gut. Naja. Oh, ähm, da hinten will ich hin. Naja. Wird schon werden. Wie gesagt, ich muss auch noch üben. Und das war jetzt zu verschwenderisch. Das kann man so nicht machen. Unter gar keinen Umständen. Wir müssen Ressourcen sparen. Von denen wird es hier sicher ganz, ganz wenige nur geben. Und deshalb müssen wir da vorausschauend arbeiten. So. Hü hüpf. Einmal. Hü hüpf. Zweimal. So. Und wieder von vorn. Langsam. Iiii. Die schauen alle aus, ne? Jetzt bleibe ich hängen, ist ja klar. So. Zack. Der ist mal erledigt. Den heizen wir weg. Das ist halt echt schade, dass man so nicht speichern kann, ne? Und ich lad mal nach. Passt. So. Ich hörte wieder auf. Hey! Du Pfosten. Ich wollte nur, dass du auf Nahkampf schaltest. Kasperl. Also. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. War nicht F zum Umschalten für Nahkampf? Manchmal kommt man nicht mit. So. Ähm. Liliiliili. Einmal im Kreis herum. Ähm. Also. Ähm. Entschuldigung. Ich musste nochmal in die Optionen. Irgendwas passt da nicht. Ähm. Steuerung. Göh. Das den Zuweisung. Göh. Schleichen. Blablabla. Das hatten wir. Nahkampf. F. Ja. Warum tut er nicht? Warum nimmt er jetzt wieder die Pistole? Der Vogel. Aha. Wahrscheinlich. Ist die Pistole, sobald sie aufgeladen ist, sowieso da. Und F einfach drücken. Ja. Ich verstehe schon. So, ich hoffe, das mache ich diesmal besser. Oder besser richtig. Gleich. Gleich gut. Passt. Den Hammer auch. Das ist gut. Und verheizen. Komm. Jawohl. Gut. Ähm. Da sind wir, glaube ich, da war, glaube ich, nix, ne? Gut. Dann nehmen wir die mal. Jetzt schärfen das hier schnell. Wieso habe ich eigentlich das Licht an? So. Schon besser. Jetzt wäre es gut, den Deppen hier hinzulocken. Ehrlich gesagt. Aha. Okay, das bringt sie dann nix. Okay. Ich hoffe, das passt so. Ähm. Zack. Gut. Das wollte ich eigentlich ursprünglich nicht. Ich wollte keine Munition für Reserventen. Ah ja. Aber was soll man machen? Manchmal geht's halt anders. Okay. Wir haben dieses Zeug. Ich bräuchte jetzt einen Spiegel. Dann könnte man vielleicht abhauen. Irgendwo ist noch einer? Echt jetzt? Dass der uns jetzt nicht gehört hat. Aha, da hinten. Okay. Ich soll vielleicht vom Feuer weg. Ähm. Und ich soll vielleicht einmal durch den Raum hier durch. Kann man da hinten vielleicht raus? Ich muss mal schauen. Ähm. Okay. Verstecken unterm Bett. Jawohl. Das geht auch. Ich wollte nur schauen. Aha. Da liegt was. Natürlich die Spritze. Ah ja. Die haben wir voll. Eine dürfen wir benutzen. Zack. Und die können wir jetzt wieder mitnehmen. So. Genau. So. Das hätten wir. Okidoki. So. Look, look. Look, look. Ich glaube, da ist niemand. Eine Flasche. Nehmen wir mal gerne mit. Boah. Ich habe mich gerade von dem Holz da erschreckt. So. Bärenfalle entschärfen. Steuerung. Information. Steuerung schleichen. Und Leertaste. Aha. Und wo ist... Ah, da. Boah, da muss man drauf schauen, ne? Puh. Da war ich fast reingelatscht, ne? Das ist manchmal schon ein bisschen scheißlich ungut. Da ist noch eine. Psst. Nicht so laut. Aha. Ich hoffe, er dreht sich um. Hm. Das war nicht so sonderlich gut geworfen, ne? Ah, ich bleib schon wieder hängen. Boah, ich bin hier angespannt, ey. Jawohl, wir haben ihn. Sehr gut. Entschuldigung fürs Angespannt sein. Ich will mir nur Mühe geben. So. Waffe nachladen. Jetzt müssen wir wieder sexy haben. Genau. Okay. Ah, ich sehe was. Was sehen wir? Was sehen wir? Was grünes. Was grünes. Komm her. Yeah. Wow. Der war heftig. 700. Geilo. So. Da hinten ist ein Leuchtturm. Okay. Ich denke mal, dass wir zu dem noch hinkommen werden. Ähm. Ich denke mal, dass es hierbei um diesen Leuchtturm handelt, von dem wir vorhin erfahren haben. Ich muss auch ein bisschen mal die Klappe halten, um zu lauschen, ob hier eventuell noch Gegner sind. Ich hoffe nicht. So, das tun wir wieder entschärfen. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir schon recht viel brauchbares Zeugs sammeln konnten. Es hat halt Vorteile, wenn man das Spiel kennt. Das muss man halt echt sagen. So, blind ist das Ganze hier echt. Puh. Ah, ja. Okay. Ich versuche jetzt noch. Ich glaube, wir dürfen mal aufrecht stehen. Ah, mein kleiner Finger. Der, was die Steuerungstaste drücken muss, der ist ein bisschen angespannt. Ich wollte mich nur umschauen, ob es hier noch Bärenfallen gibt, eventuell. Achso, da muss ich ja schleichen, ne? Sonst merke ich die ja nicht. Ich will auch nicht unbedingt in eine reinlatschen. Das wäre ungut. Da wir jetzt schon ein bisschen Gesundheitsbonus haben, wäre dem nicht sehr dienlich. Da ist, glaube ich, wieder eine. Ja, ja. Ich habe dich gesehen. Zwei sogar. Drei, ha? Super. Sehr gut. Das gibt ordentlich Material für uns. Und das freut mich. So, da hätten wir eine Kutsche wieder. Halt. C verbrennen. Was will man da verbrennen? Ich probiere es mal. Nix brennt. Ich habe jetzt ein Streichholz verbraten. So weit ist es. Ja, geht auch. Genau, ich wollte noch ein paar Bärenfallen Ausschau halten. Und vielleicht noch ein oder zwei grüne Gehle. Halt, da war was. Achso, eine Flasche. Und vielleicht ein, zwei grüne Gehle noch finden. Das wäre ganz famos. Und der Part ist auch schwer zu Ende. Meine Güte, wie gemein. Bist du eine Bärenfalle? Na, hat nur so ausgeschaut. Ich werde noch in eine reinlatschen, wenn ich so weitermache. Eine Lampe. Da ist wahrscheinlich auch kein grünes Dingens drin. Nö. Ach. Ja, ja. So ist das halt, ne? Aber wie gesagt, ich will Material, so gut es geht, alles mitnehmen. Ähm. Dass ich wahrscheinlich schon ein grünes Elixier da, also dieses, dieses Gel, nicht gefunden habe. Tut mir echt leid. Nicht gefunden habe. Ach, jo. So, ich lasche noch ganz kurz das hier ab. Ich hoffe, dass wir alle Bärenfallen gefunden haben. Bestückt mit einer Flasche. Denke ich mal. Halt. Oh, eine Fackel. Ah, jo. Die nehme ich gern. Achso. Damit hätte man können, glaube ich, Gegner umbringen, ne? Denke ich, oder? Geht das auch? Werden wir sehen. Na gut. Und, ähm. Aukili, daukili. Ich würde sagen, wir beenden den Part wieder mit Überlänge. Natürlich. Ha, ha, ha. Was haben wir denn da? Boah, fast reingelatscht. Fuh. Schnell den Schärfen noch. Alter Schwede. So, ja. Passt. Boah. Ey, Alter. Und, ähm. Ja, im nächsten Part hoffen wir, dass wir gut weiter vorankommen tun. Ja. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.